Herr, öffne uns auf das Ohr unseres Herzens, öffne mit unserem Verstand dieses Lied, dass wir immer bereit werden, dich zu hören. Mein Heiliger Geist Herr, öffne uns auf das Ohr unseres Herzens, dass wir immer bereit werden, dich zu hören. Herr, öffne uns auf das Ohr unseres Herzens, dass wir immer bereit werden, dich zu hören. Herr, öffne uns auf das Ohr unseres Herzens, dass wir immer bereit werden, dich zu hören. Herr, öffne uns auf das Ohr unseres Herzens, dass wir immer bereit werden, dich zu hören. Herr, öffne uns auf das Ohr unseres Herzens, dass wir immer bereit werden, dich zu hören. Herr, öffne uns auf das Ohr unseres Herzens, dass wir immer bereit werden, dich zu hören. Herr, öffne uns auf das Ohr unseres Herzens, dass wir immer bereit werden, dich zu hören. An adesso sei dieser Herzens, wenn es um die Vor- unseres Herzens, das Herz und lab place wird, án wir including ihre Augen. Dass wir immer bereit werden, dich zu hören. Herr, öffne uns auf das Ohr unseres Herzens, dass wir immer bereit werden, dich zu hören. Herr, öffne uns auf das Ohr unseres Herzens, Von Mützel Florian 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 Amen. Untertitelung des ZDF, 2020